wenn wir diesen fahrt folgen werden sicher sein am arsch vorsicht vor stacheln stachel konfigurieren konnte stacheln abgestachen distanz stacheln okay kann alles mit dem löscher beseitigen sehr schön so ich denke es wird zeit mal kurz ein bisschen das team zu ändern wir nehmen als anführer melia und dann bin raus ich brauche schade drin ich glaube ein macht sich meistens schade am besten hat den einfachen grund weil wir am aktuellen quest dass sich zwei frauen unsere team gut verstehen müssen und das haben wir soeben erreicht daher wäre es ganz geil ich muss schauen nur ein bisschen ein neues clip geben und was schmuck reise diadem bringt sogar äther ganz gut hoch so pist ist top hat auch schon äther ich nichts besseres eisenstulpen sind auch schon gut glaube ich bleibt unter hohe sind auch schon äther hoch das würde so viel mehr abweg geben obwohl nur polagians eisen legends hof legends was war das runde hose ich habe jetzt nicht mehr ja doch ich glaube die nopole hose könnte auch so heftig sein ja ist sie auch hose und das ist nicht heil gegeben habe so kp ab wo ist es tempo kp cap cap ne warum nicht gleich so so und eigene stiefel ja nur polstiefel so jeder das gewehr ist glaube ich nach wie vor das beste was wir haben könnt einfach wegen den drei sockeln also kann ich hier schön noch mehr da reindrücken der anguswut der abwehr hat sie mir nicht dass sie jetzt nicht mehr hat das wäre so absolut traurig max angriff geben genau das was sie braucht max angriff naja okay so melia aus wenn ihr wappen top sie braucht vor allem sachen mit etha und ich glaube da habe ich gar nicht mehr so krass viele ich lasse ihren scheiß erst mal komplett wie er ist so ich schicke auf jeden fall erst mal ihre skills aus bei melia spielt sich sehr sehr speziell die haut nämlich einfach sinnlos draußen dann kämpft mit zaubern und das endet wieder in chaos so unterschiedliche rufe hier die sie soll ich sagen in art lager haut über ihren kopf so ein ruf unterschiedliche buffs und ich kann sie wieder entladen für schaden das muss kurz gucken flammen rufen stärke blitz ruf etha wasser ruf heilt glaube ich ja heil geschenk heil jetzt schön ja ob wir eine kp ok ich so offenbar schon mal die rufe max so gut ich kann ok ist auch gut dass ich einfach nur drei habe das macht die sache fürs erst noch relativ leicht oder das heil geschenk lässt aber recht gut sparen so wie es aussieht so was macht der sperrbruch schatten stich physischer angriff der feinde zurückwirft naja naja nur ein trance verfügbar stimmt die trance gab es ja auch noch das ist auch so ein spezial ich will mir jetzt mal ganz viel gedanken machen und einfach erst mal loslegen und da haben wir schon die dschungeläuren was muss ich gucken also zuerst äther dann stärke dann wasser auf auf ok ok das ist auch nicht gut und schnell äh 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 da bin ich nämlich schon zu komisch über sich die fischer äh äh ich komme zu spät oh f geil ganze street pens ähre so wie kläm aufgäfte sich an ok wie geht ich ja ho So, hier wird gespammt. Yo, aber ich glaube es ist mega gut, so dauert das noch ein bisschen. So, komm herein da. So, ich muss auch tierisch aufpassen, dass ich einsetze. So, damit... dieser... So, jetzt... So, jetzt... Franz und dies, das anders. Aber doch, ich krieg das schon ganz gut hin. Yo, mit dem Team einfach mal den da angreifen. So, jetzt kannst du tief gehen. Jetzt kannst du tief gehen. Oh, hier, auf. Und ab, dafür. Na geil. Mein Team bann. Und entladen. Und wieder laden. Oh, schön. Oh, oh. Oh, oh. Schala. Nein. So sehr. Äh, so, ich hoffe jetzt auch. Hallo, irgendwie hat er mich aufmutert? Hallo. Hallo. Ach, sind los. Das habe ich für meinen ganzen Team-Biten-Sinnes verbraucht dafür. Und für Pension wieder. Oh, das ist RIP. Kleine Chance. Auf, hoch, Regeneration. Ich penne schon wieder. Ach, weil ich einen guten Hup, deswegen. Jetzt ist die richtige Zeit. Ah, was ist das sinnlos? So, dass er mich alle zwei Sekunden einschläfern lässt. Ah, okay. Jetzt, ich habe keine... Spezialpunkte, ich kann noch nicht fliehen. Wenn er mich nicht lässt. Wieso habe ich trotzdem mit der Vision? Schulk ist doch gar nicht drin. Ja, ist gut. Spiel. Ich kann nicht wegrennen. So, okay. Dieses Team ist... ...noch... ...viel zu schwach. Keine Chance. Lass mich in Ruhe. Äh. 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 Weil ich diesen Team aus dem Maunhorn will. Äh. Ich wollte eigentlich nicht zurück wechseln, aber... ...dafür muss es sein. Das hilft alles nichts. Äh. Das Team ist ja auch nicht wirklich gut so. Melia ist als Damage-Spieleer noch nicht bereit. Schade eigentlich. Weil sie ist auf jeden Fall ein guter Charakter, aber so bringt es auf gar keinen Fall irgendwas. Dann eh mit dem Schlotten-Team. Äh. Rein braucht noch kurz hin. Habt ihr jetzt zurück. So. Auf. Auf. Ich muss das E-Bike ein bisschen erhöhen. Ey. Runde von mir. Keiner. So. Und jetzt ruhig mir. Auf. Let's go. Let's go. Let me at him. Don't hold back. Let's go. Oh. Militrant Gapbuster. Now it's right up. Und warm. Da ist Pirokz echt viel besser. Yo. So. Ich komm schon. Der Balken ist hassvoll. Jungs. Oh mein Gott. Der Balken ist hassvoll. Ich muss es nur schaffen. Noch einen Spezialen zu lassen. Oh Gott. Auf. Hier geht's. Auf. So. Treff runter. Ah. 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 Dunban. Dein Turn. Lief es mir. Oh. Gut. Wir gehen als Wasser. Oh. Und weiter. Der Dude wird leiden. Oh. 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 Schwertraume. Oh. 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 Oho. Oh. 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 ング ignored. Oh. 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 lassen das könnte auch funktionieren hallo nicht 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 diesen diesen nämlich ein rein für schade raus aber dann ben brauchte ich nicht so das war schade also gut machen könnte das dann werden hier nichts gebraucht ich probiere es mal so vielleicht klabbert ja okay was haben wir noch magna corotra die muss auf jeden fall besiegen so äther hoch klammer hoch hoch ich habe schaden genommen ich glaube nicht so die markt noch machen es meint es wirklich nur skills durchdrücken komplett was anderes macht die nicht immer zwei krone vorrat haben die dritte so verschießen ich kann nicht fühlen dass sie schaden macht ganz ehrlich okay ach stimmt mit ihr kann über das kettin angriffe machen weil sie die spezielle angriff hat das ist sozusagen für jede farbe gut das problem ist dass dann wenn es kein äther angriff hat obwohl nicht schade ist als zweites jetzt kacke also wenn ich zuerst die äther mache das ist die lager okay er hat sich bezahlen ist leider nicht voll das hat das immer umgeholfen das ist kink ja besser als das die großlehrer nicht ich muss mal fast techniken checken ob sie noch was neues bekommen hat in der zeit weil sie keine einzige physische technik hat das tut enorm weh aura schuss mut schuss kolben ramme das macht hände unmächtig das ist gut das wird keine einzige rote technik hat eine gelbe das ist gut aber aura schuss ne aura schuss ist auch kacke das kolben ramme geht schon mal rein auf jeden fall die ist gut aber ansonsten ist das richtig cancer das ist auch eine aura für die sinnlos mut schluss ist vielleicht gar nicht so schlecht aber ja ich weiß nicht ich weiß nicht was ich mit dem team machen soll ich meine dann kann ich so viel schaden das packen in halb kurzer zeit das ist für meinen griff aber hier ist das nicht so geil ah na gut auf ja ich glaube sie macht wirklich nicht so viel schaden aktuell dann wird mein tank macht die meisten schaden wie ehrenwert ich hoffe dass charla irgendwann eine frühstärke bekommt oh noch einmal perfekt hallo und auf und auf ich meine das ist wirklich wirklich gut für spezialeffekte das hat sie auch nicht wirklich drauf gut wir haben auf jeden fall schon mal die monster mission fertig das heißt ich kann auch schon mal unbehelligt weiter richtung nopperndorf wo wir ohnehin hin müssen in welcher richtung war das denn okay irgendwo dort keine ahnung dort komme ich ganz zufällig an paar kristallen vorbei ach was du da hast du so stress alter level 32 auf einmal ist ja ehrenwert erzeugt festen bei freiheit und reichweite so mache jetzt ah damit kann umwerfen das ist schon mal ziemlich gut gut und charla kann dem ohnehin zugehen schaden attack ok was mache ich am besten da haben wir doch keine blaue technik das ist genauso obwohl doch er hat eine blaue technik aber ihre blauen techniken sind alle keine schadenstechniken schaden 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 sowieso schaden 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 elektrische ziel schaden Was aber wenn Trash wieder zu Ende? Dreck! Na gut, Panthers. Vielleicht fruchtloser Zang. Ich glaube das verdient. Vielleicht fruchtloser Zang. Das ist zum Teufel. Ich glaube richtig. Erzähl aber nicht, dass die Scheiße da oben ist. Nein, 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 nein. Okay, doch. Mist. Na gut, die Raptoren lasse ich einfach mal, wo sie sind. Den auch. Oh Mann. Immerhin das ganze Quest annehmen. Das wird dann die Zuneigung zwischen Leuten schon steigern. Wenn es nicht für diese dämliche Quest wäre, dann würde ich jetzt mit so einem Team hier gar nicht antreten. Weil es ist echt nicht gut. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Es scheint ja noch zu funktionieren. Aber ganz ehrlich. Ich bin nicht überzeugt. Terra Ogre. Nett. Die Viecher lasse ich mal wo sie sind. Mit denen kann ich mir später noch genug rumstreiten. Da gibt es glaube ich genug Quests zu denen. Das Grund, warum ich Melia auch selber spielen muss ist. Weil die KI keinen Plan hat. Wenn man Melia richtig nutzt. Und dass man ihre Zauber behalten muss. Oder sowas. Ich bin ja selber kein großartiger Melia-Spieler. Aber... Die KI kann man komplett vergessen. Das ist die Entrance zur Frontier-Village. Das ist das große Baum, wo die Knoppon leben. Ah, Burtlady. Willkommen zurück, Burtlady. Burtlady. Wollte ich mit dem Village-Chief sprechen. Willst du uns zu entkommen? Mein Pfehl? Mein Pfehl. Ich werde dich zum Village-Chief nehmen. Seid mich. Jo, kein Ding. Auf jeden Fall. Darf ich mich noch ein bisschen im Dorf umsehen bevor es losgeht? Grenzdorf. Das Grenzgänger-Dorf. Nein, ich darf mich nicht umsehen. Sie kümmern sich. Hum hum. Hum here. Hum here. Hum who. Hum who. Hum who. Hum hum everywhere. Me want touch hum hum. Me want nibble hum hum. Hum hum taste. Hum hum scary. Nopon of Frontier Village. Melia Antigua has returned. I request an audience with your Chief. Chief. Will you hear my request? Melia here. Bird lady here. Melia back. Bird lady back. Bird lady? Die Vogelfrau. Man kennt sie. Die Vogel. 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 Sie sind zusammen mit einem Bionis. Sie verabschieden ihre Leben so, dass ich die Zeit erscheint. Aber das ist nicht meine Grund für kommen. Diese Homs brauchen Ihre Hilfe. Willst du so nett, dass sie hören können? Was könnte ein Hom-Hom brauchen von mir? Sie brauchen eine sicherheit nach Ereth-Sea. Ich sehe keine Grund für sie zu verabschieden. Ich habe in dieser Region unverteiltes Geschäft. Wenn diese Homs sicher auf der Weg sind, sollte ich auch auf meiner Seite sein. Diese Frau, etwas schlägt ihr. Wir haben sie halb tot und allein gefunden. Aber ich glaube nicht, dass sie uns die Reise sagen wird. Vielleicht können wir helfen. Ich gehe mit ihr zu sprechen. Oh, ich darf doch speichern. Dann auf. Oh, und Melia hat das Team verlassen. Na super. Hat sich dann mega gelohnt zu spielen. Na, wie muss sein. Cool. Oh, das war es schon wieder für heute. Ich würde es dann zum nächsten Part, wenn wir im Noppelndorf ganz viel zu tun haben. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin. R نوع dahin. Okay. So, bis zum nächsten PartACK. So, bis zum nächsten Part.